Hallo ihr Lieben, ich grüße euch alle ganz lieb. Mir fehlen die Worte, mir fehlen die Worte. Meine aktuelle Single, Was ist die Wahrheit, ist am Wochenende rausgekommen. Was für mich sehr wichtig war, ich habe monatelang, wir haben monatelang dieses Problem in dieser Welt. Und es lag mir einfach am Herzen und ich bin froh darüber, dass ich das am Ende so umsetzen und zusammenfassen konnte, so, dass ich es euch präsentieren kann. Und darüber bin ich stolz. Ich möchte mich auf jeden Fall bei euch allen da draußen für einen Support bedanken, für die krassen Kommentare. Als ich diesen Song angegangen bin, wusste ich nicht, wo die Reise hinführt. Ob Kritiken kommen, wie der Feedback wird. Ich hatte wirklich kaum Kritik. Viele Leute da draußen, die mich auch nicht kannten oder nicht meine Fans sind, haben diesen Song akzeptiert und haben mir geschrieben. Ich würde am liebsten euch allen antworten, aber es sind wirklich zu viele Nachrichten. Das schaffe ich einfach nicht. Deswegen mache ich auch diese Videobotschaft. Alle, die mich dabei unterstützt haben, mich supportet haben, vielen lieben Dank. Die Zahlen stimmen irgendwie nicht. Also mein Standpunkt mit der Single stimmt irgendwie nicht, weil meine Zahlen viel zu stark sind. Die Kommentare, die Likes, etc. Ich habe es gemerkt, aber ich möchte nicht mehr darüber reden oder detaillierter darüber reden, weil gegen Schicksal und gegen Punkt, Punkt, Punkt bist du halt einfach machtlos. Und das muss ich akzeptieren. Das war für mich sehr wichtig. Ich bin glücklich darüber, über den Feedback. Mir ging auch über die Views, aber mir ging es nicht wirklich darum, sondern es ging mir darum, dass ich euch einmal zeige, wie ich mich heute in dieser Welt, in der Situation fühle. Das zum Abschluss, nochmal vielen lieben Dank an alle. Sorgt dafür, dass dieser Track wirklich rumkommt. Teilt es, liked es, kommentiert weiter und dann bleibe ich auch so glücklich. Ich bedanke mich ganz herzlich nochmal bei allen und wünsche euch einen angenehmen Sonntagabend. Alpagan, bleibt gesund. Dankeschön.